Ich bin bei mir dabei, Mac Minis in diesem Fall wieder herzustellen oder aufzusetzen. Meist sind die Geräte ja sehr widerspenstig und man geriet so an seine Grenzen. Es gibt viele Möglichkeiten, Internet Recovery, sich ein Bootstick erstellen, das habe ich gemacht. Ist hier ein Mac Mini 5.3, habe ich hier Sierra gleich mal installiert. Ich könnte jetzt auch per Internet Recovery das Ganze mit Lion installieren. Was wir machen können, zwei Schritte zeige ich euch gleich mal. Das Ganze umgesteckt auf den anderen, jetzt machen wir den mal an. Wenn ich jetzt eine Windows-Tastatur habe, warte ich auf den Ton. Da ist er, Windows-Taste und R. Wichtig ist natürlich, Ethernet-Kabel muss verbunden sein. Und jetzt drückt ihr so lange die Windows-Taste und die R-Taste, bis die Weltkugel erscheint. Und er sich mit dem Internet verbindet und dann dementsprechend Internet Recovery vornimmt im besten Fall. Das Ganze kann nochmal ein bisschen länger dauern. Da ist er und hier werdet ihr jetzt weiter durchgeleitet. Ich weiß, es geht nicht bei allen Geräten, gar keine Frage. Aber es gibt viele Wege, geht dazu gerne mal auf meinem Kanal. Folgt den Links, um auf meine anderen Kanäle zu kommen. Da habe ich einige Videos. Und der zweite Weg wäre denn, bevor wir zum zweiten Schritt kommen, CMD und R bei der Mac-Tastatur. Warum zuvor mit einer Windows-Tastatur? Man hat ja nicht immer eine Mac-Tastatur zur Hand. Hier ist es die Windows-Taste und die R-Taste. Hier ist es CMD und R. Und auch hier erscheint dann irgendwann die Weltkugel und ihr könnt mit dem Internet Recovery loslegen, wenn alles klappt, das auch durchlaufen. Und da ist sie, die Weltkugel. Wie gesagt, dauert ein bisschen, bleibt immer auf den Tasten drauf. Wir können natürlich loslassen, wenn er angefangen hat, bis diese Weltkugel erscheint. Als nächstes haben wir einen USB-Stick. Den habe ich jetzt vorbereitet. Da ist jetzt Heizuera drauf, weil ich weiß, dass es das letzte mögliche Betriebssystem mit dem Mac-Mini ist. Habe ich nie so Datei. Habe mit Andy Byrne das Ganze geschrieben auf den Stick, sodass ich davon booten kann. Rein in den Mac-Mini. Mac-Mini starten. Und jetzt drückt ihr auf der Mac-Tastatur rechts die Alt-Taste. Nachdem der Start-Ton gekommen ist, kann noch ein bisschen R sein, ist nicht weiter wild. Das Ganze denn rechte Taste Alt bei der Windows-Tastatur. Und schon seht ihr, es begrüßte uns jetzt der Stick, von dem ich booten kann. Schon bin ich drin. Ich stelle mir das Ganze jetzt hier nochmal um auf Deutsch natürlich bei der Installation. Schaut, dass ihr eventuell mit dem Festplatten-Dienstprogramm vorher nochmal eure Festplatte löscht, formatiert. Und dann könnt ihr macOS installieren. Wenn jetzt hier ein Fehler kommt, es wäre angeblich beschädigt, nicht möglich oder sonst was, gibt es sogenannte Install-Dates. Also man setzt quasi das Datum, die Zeit auf dem Mac zurück, damit das Ganze auch klappt. Hier mal noch das Beispiel, wenn es nicht klappt, die Meldung kommt denn. Jetzt gehe ich ins Terminal, ändere jetzt hier das Datum, ja und so weiter, enter das Ganze ab. Jetzt ist es geändert. Schließe das Terminal wieder, fange dann nochmal an mit der Installation und dann klappt doch alles und dann gibt es nichts mehr zu meckern. Also es gibt für jedes Problem immer einen Ansatz. Nicht alles funktioniert immer gleich und sofort oder vor allen Dingen bei Heben gleich. Aber es gibt immer Lösungswege, um ans Ziel zu kommen, um denn dementsprechend das System neu aufzusetzen. Für mehr Tipps einfach abonnieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst.